Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du dabei bist. Ich heiße Max und ich stelle euch heute natürlich einen weiteren Klassiker vor. Diesmal reisen wir nach Frankreich. Ja, denn obwohl ich gerade am Ende des Jahres einerseits große Lust habe, mich durch Leselisten zu graben, also herauszufinden, was andere Menschen vor mir gelesen und geschätzt haben und was ich in 2023 lesen könnte, während ich also wirklich Listen erstelle mit Titeln und Autoren und dabei wahnsinnig viel Freude habe, möchte ich andererseits natürlich auch die Höhepunkte, die literarischen Schmankerl des noch bestehenden Jahres auch rezensieren, um sie eben auch wertzuschätzen. Und daher hoffe ich, dass ich vielleicht in den jetzt verbleibenden Wochen doch noch zwei, drei Klassiker besprechen kann. Es wäre ganz toll. Ja, heute möchte ich euch einen französischen Klassiker vorstellen, der im Schatten steht der ganz großen Ehebrecherinnen-Geschichten. Denn falls ihr die Werke nicht gelesen habt, ihr kennt auf jeden Fall die Titel wie Madame Bovary, die Effie Priest und die Anna Karenina. Und es gibt eine zweite Garde an Romanen, die relativ selten genannt werden, die aber von gewissen Abstrichen abgesehen auch ganz grandios sind. Und darin werden junge Frauen porträtiert, die nichts brechen können, weil sie zuerst gebrochen worden sind. Vielleicht ein kurzer, naja, was soll ich sagen, eine kurze Warnung sozusagen. Es gibt hier einige französische Namen. Ich hatte französisch in der Schule nicht. Ja, mit viel Fantasie und großer Liebe versuche ich, diese Namen richtig auszusprechen, falls es mir nicht gelingt. Schreibt mir gerne einen Kommentar, der mich allerdings nicht sonderlich interessieren wird. So, was noch? Ich werde spoilern, weil ich einfach immer Spoiler. Vor kurzem hat der Markus auf seinem Kanal ja gesagt, jeder Roman, den du nicht zweimal lesen möchtest, ist es nicht wert, einmal gelesen zu werden. Und mit dieser kleinen Entschuldigung gehen wir jetzt einfach in die Vollen und spoilern fröhlich vor uns hin. Erstmal zum Autor. Guillaume Passant wurde 1850 in der Normandie geboren und er starb 1893 in Paris. Seine sechs Romane und vor allem mehrere Dutzend Novellen machten ihn auch zu Lebzeiten berühmt. Darunter illustre Titel wie Der Schmuck Bellamy, Unser Herz oder eben Ein Leben, was ich vor kurzem las. Es hat etwa 350 Seiten erschienen im Dumont Verlag, übersetzt von der unnachahmlichen Cornelia Hasting. Und Tolstoi sagte darüber, vielleicht der beste französische Roman seit Victor Hugo's Die Elende. Keine schlechte Referenz. Ich glaube, darauf kann man sich natürlich jetzt nicht hundertprozentig verlassen. Ich weiß nicht, ob Tolstoi ein ebenso genialer Literaturkritiker wie Schriftsteller war, aber seine Begeisterung kann ich durchaus nachvollziehen. Montpassant gilt neben Balzac, Flaubert oder Sola als einer der allergrößten französischen Erzähler des 19. Jahrhunderts. Und ja, es war damals wirklich groß in Mode, nicht etwa profan in die Kamera zu schauen, sondern daneben in elysische Gefilde, die nur der Autor sehen konnte. Und die zweite Randbemerkung. Ich war vor etwa einem Jahr in Estland. Wir haben dort eine Reise gemacht und haben uns auch das Land angeschaut. Und während einer Reise waren wir eben mit einer französischen Familie auch zusammen auf Tour. Und die konnten weder Deutsch noch besonders gut Englisch, sodass wir uns eher mit Händen und Füßen verständigen konnten. Aber als ich dem Familienvater dann mal gesagt habe, dass ich gerade Guy de Montpassant lese, irgendwie so habe ich gemacht und Guy de Montpassant, da ist der Familienvater vor Begeisterung und Freude schier ausgerastet. Und es war für mich wieder ein sehr erhebender Moment zu sehen, dass Literatur zwar nicht immer eine einwandfreie, problemfreie Kommunikation ermöglicht, aber zumindest eine Sympathie füreinander erwecken kann. Ein Leben von 1883 erzählt die Lebensgeschichte der Jeanne, die wir von ihrem 17. Geburtstag bis ins hohe Alter als Großmutter mitverfolgen. Jeanne ist als adelige junge Frau materiellen Sorgen enthoben. Sie lebt mit ihren naiven, aber durchaus liebevollen Eltern in einem Schloss. Als der junge und sehr schöne Julien auf sie aufmerksam wird und um ihre Hand anhält, da könnte ein Disney-Traum Gestalt annehmen. Doch Juliens Charakter und fehlende Aufklärung und Bildung Jeannes begrenzen die junge Frau und nötigen ihr die Rolle der erduldenden Ehefrau auf. Nach der Geburt ihres Sohnes scheint ein sinn- und liebevolles Familienleben ein zweites Mal möglich, doch auch Sohn Paul fiel nun mal nicht weit vom angeheirateten Stamm. Er hat einige Charakterzüge des Vaters. Auch wenn es hinlänglich bekannt sein sollte und müsste, dass die Rolle der Frau jener Tage um 1880 mit der heutigen sehr wenig zu tun hat, sollten wir uns dennoch kurz an Wesentliches erinnern, um den Kontext zu erschließen. Sieben Jahre zuvor, 1876, hatte die deutsche Autorin und Frauenrechtlerin Hedwig Dom den bekanntesten One-Liner ihrer Karriere getätigt. Menschenrechte haben kein Geschlecht. Diese Äußerung und Forderung war weit weniger banal, als sie uns heute erscheinen mag. In Zeiten des fehlenden Wahlrechts für Frauen und des Verbots von politischen Versammlungen durch Frauen sowie einer allgemeinen Vormundschaft der Väter, Ehemänner und Brüder über Frauen im öffentlichen Raum hatte der Mensch, wenn immer pathetisch davon die Rede war, in aller Regel einen Penis. Dass erst die Bildungsexpansion um 1900 zugunsten der Frauen dazu führte, ein allgemeines Bewusstsein der gesellschaftlichen Lage zu erschaffen und auch neue Tätigkeiten zu erschließen, also neue Jobs, beweist auch dieser Roman wenngleich ex negativo. Jeanne wird bis zum 17. Geburtstag in einem Kloster erzogen, was wahrscheinlich bedeutet, dass sie die Bibel lesen durfte oder eher musste, darüber hinaus aber absichtlich ungebildet blieb. Ihr Vater, ein Anhänger des schwärmerischen und natürlich wahnsinnig populären Jean-Jacques Rousseau, sagt dann auch ganz offen, er wolle eine ganz und gar unschuldige, naturwüchsige und somit auch vollständig naive Tochter aus dem Kloster zurückbekommen. Die emotionale Reinheit, die durch die Eltern gewünscht wird, führt allerdings bald ins zwischenmenschliche Fiasko. Im Angesicht eines von selbstsüchtigen Motiven verzerrten Julien, der sozusagen den modernen Menschen repräsentiert, kann sich Jeanne aus Mangel an Erfahrung und Verständnis überhaupt nicht wehren. Dieser Umstand lässt sich durchaus als Montpassants Absage an das rousseausche Credo zurück zur Natur verstehen. Denn dort in der Natur lauern nun mal nicht Frieden und Einklang, sondern der Wolf von Thomas Hobbes, der hier eben Julien heißt. Übrigens hat Montpassant seine Geschichte etwa 60 Jahre in die Vergangenheit gelegt. Sie spielt um 1820 und zum einen war Rousseau zu der Zeit vermutlich noch deutlich populärer und die Naturidylle war für den Leser als, naja, französische Tradition vermutlich auch noch 1880 einwandfrei aufzuschließen. Aber es zeigt natürlich eben auch eine fehlgeleitete literarische und aufklärerische Tradition, die 60 Jahre später in der Gegenwart von Montpassant mit Sicherheit auch noch sehr viele junge Frauen in eine Abhängigkeit gedrängt hat. Ja, unter dem Deckmantel sozusagen einer moralischen Integrität und Reinheit hat man sie nicht pragmatisch aufgeklärt und hat man nicht mit ihnen über die Gesellschaft und über die Sexualität gesprochen. Und das zeigt sich eben hieran. Es handelt sich allerdings nicht um individuell gebrandmarkt das Fehlverhalten des Vaters. Die Väter handeln im Rahmen des gesellschaftlich Erwartbaren und Normierten. Niemand nimmt Anstoß an dieser fehlenden Aufklärung, an dieser fehlenden Erziehung für Jeanne. Wozu sollte man daran auch Anstoß nehmen? Denn die vorsätzliche Unbildung der Töchter hat ja System. Wozu soll man sie zum Beispiel mit geografischen oder geschichtlichen Themen behelligen? Warum sollen sie sich mit lateinischen oder deutschen oder englischen Verben auseinandersetzen, wenn sie später niemals eine öffentliche oder gar politische Rolle spielen werden? Jeanne wird sich nach wenigen Seiten mit dem vielversprechenden Julien verloben. Der Leser erhält eine Vorausdeutung zur Ehe, als Jeanne im heimischen Zimmer im Schloss ein Motiv aus dem alten Mythos um Pyramus und Tyspe sieht. Die Liebesbeziehung dieser beiden diente übrigens als Vorbild für Romeo und Julia. Ihr könnt euch also selber denken, dass es im Doppelselbstmord endet. Und ich hoffe, ich habe jetzt niemandem Romeo und Julia gespoilert. Ich denke, das sollten die allermeisten, die so einen Kanal schauen, auch wissen. Ja, weil Jeanne aber so sehr vom romantischen Bild einer absoluten Liebe als Erfüllung der Träume geblendet ist. Wir erinnern uns, sie hat niemals etwas Realistisches in Erfahrung bringen können. Vermutlich gab es ein paar Nonnen, die gesagt haben, ja später, da gibt es dann die Liebe und der Vater hat auch immer nur davon geschwärmt, dass ja alles in Harmonie und Wohlklang ist. Weil sie das einfach überhaupt nicht brechen kann an der Realität, hat sie einfach Illusionen. Sie ist von ihren Träumen geblendet und sie nimmt diese Warnzeichen auch überhaupt nicht zur Kenntnis. Wobei ich denke, dass der Mythos von Pyramus und Tyspe hier in gewisser Hinsicht eine ironisch gemeinte intertextuelle Ebene enthält, die eher für den vermutlich gebildeteren Leser gemeint ist. Ja, denn ich vermute, dass Montpassant auch weiß, seiner eigenen Figur steht das gar nicht zu, diesen Mythos wirklich zu verstehen und die Lehren daraus zu ziehen. Das zeigt mir schon, dass ein Leben, wie übrigens dann auch der Roman des zweiten Teils, ja häufig doch mit dem Leser spielt, mit den Leser Erwartungen und dass wir uns eben in gewisser Hinsicht auch über die Figur erheben, was für mich nicht immer nur positiv war. Der eigene Vater, in Feigheit das offene Gespräch vermeidend, äußert dann ganz kurz vor der Ehe noch kryptisch, sie, die geliebte Tochter Jeanne, gehöre nun ganz und gar ihrem Ehemann. Und das werde sich das Gesetz des Menschen und das ewige Gesetz der Natur erweisen. Und während wir das lesen, können wir die Fragezeichen in Jeannes Augen vor uns sehen. Dieses Mädchen hat doch keine Ahnung, was der Vater damit meint. Wir ahnen Schlimmes. Was dann folgt, ist auch die wohl konsequenteste und auch furchtbarste Ehevergewaltigung, die ich jemals gelesen habe. Auf mehreren Seiten werden vor uns ausgebreitet die Nervosität, Angst, dann die Tat an sich, der Schock und das Nachbeben. Während Julien im Wissen um seine Eheberechtigung dann einfach süß befriedigt einschläft, bibbert die traumatisierte Jean und Jeanne und bibbert auch der Leser letztlich dem Sonnenaufgang entgegen. Auch wenn die Zeit und die Gewöhnung die Wunden schließt, fällt es nicht schwer, sich die ultimative und unumkehrbare Enttäuschung Jeannes vorzustellen. Ehe, das ist Schmerz und bald auch das Desinteresse des Mannes. Die Liebe hat sie überhaupt nicht kennengelernt. Jeanne ist naiv, das sollte klar geworden sein. Diese Naivität wird uns übrigens nicht erzählt, sondern gezeigt. Dafür sorgt vor allem der zweifache Ehebruch von Julien, den wir Leser schon längst begriffen haben als Jeanne, noch in gutmütig, blinder Manier durch die Welt läuft, denn der Ehemann betrügt sie mit Rosalie, mit der Haushälterin. Und unter anderem steht hier folgender Satz. Jeden Tag ging sie wieder zu ihr und jeden Tag brach Rosalie in Schluchzen aus, wenn sie ihre Herrin erblickte. Und das ist wie gesagt nur ein Satz unter ganz vielen in diesem Kapitel, der uns klar macht, naja, hier hat Rosalie offenbar ein schlechtes Gewissen als Folge einer moralischen Untat. Jeanne versteht das allerdings noch nicht. Auch ein Stell dich ein mit einer späteren Affäre kann Jeanne zunächst überhaupt nicht erschließen, obwohl wir Leser zu dem Zeitpunkt wirklich schon die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, weil wir uns fragen, wie naiv diese Jeanne ist. Erst zwei sich paarende Vögel zeigen ihr auf, was der Ehemann gerade tut, vermutlich wenige Meter weiter. Seite 186. Eine ja gleichermaßen herrlich geschriebene, bitterböse, aber auch sehr lustige Szene. Ich weiß, es klingt komisch, dass das alles zusammenkommt, aber hört mal selbst. Plötzlich, während sie durch eine lange Allerit bemerkte sie ganz am Ende zwei an einen Baum gebundene gesattelte Pferde und hatte sie gleich erkannt. Es waren die Pferde von Gilbert und Julien. Die Einsamkeit begann auf ihr zu lasten. Sie war froh über diese unerwartete Begegnung und ließ ihren Gaul traben. Wir haben diese junge Frau, die als sehr attraktiv dargestellt wird, vorher schon kennengelernt und wir haben auch gesehen, wie sie miteinander turteln. Dennoch ist das für Jeanne überhaupt kein Indiz für irgendetwas, vielleicht ehelich nicht Gebotenes. Allerdings sieht sie kurz danach zwei kleine Vögel auf dem Boden. Und das heißt, und plötzlich paarten sie sich. Jeanne war überrascht, als verstünde sie nichts davon. Dann sagte sie sich, natürlich, es ist ja Frühling. Dann kam ihr ein anderer Gedanke, ein Verdacht. Ich finde, das enthält einfach alles, was man von Literatur möchte. Es ist zum Schießen, es ist tragisch, es ist komisch, es ist gut geschrieben. Diese Passagen sind aber nicht nur literarisch anspruchsvoll und in meinen Augen mit höchstem Genuss zu lesen, sondern sie sind auch sehr aufschlussreich für die Erzählabsicht Montpassant. Denn erstens baute eine Diskrepanz zwischen dem Leserverständnis und dem Figurenverständnis auf, wie ich ja gerade schon gesagt habe. Was dazu führt, dass man die Jeanne für leicht begriffsstutzig, aber auch für moralisch integer hält. Sie hat ein reines Herz. Zweitens hält sich Montpassant mit moralischen Wertungen selbst zurück. Sein Erzähler erhebt hier keinerlei Anspruch auf die moralische Bewertung. Der sagt dazu einfach kaum etwas. Natürlich werden wir Leser uns gegen Julien wenden, aber dafür sorgt kein Erzählerkommentar, sondern unser eigener Wertekanon. Wir entnehmen den Szenen eben das, was wir als anstößig empfinden. Gegen eine moralisch allzu strenge Lesart spricht jedoch die Tatsache, dass auch die geliebte Mutter einen Liebhaber hatte, wie Jeanne nach deren Tod herausfindet. Dass der Vater Zeitlebensaffären hatte, war ja ohnehin ein offenes Geheimnis. Der Mensch ist ein Tier. Er ist einfach nur ein Tier wie die Vögel, wie die Füchse, wie die Kaninchen. Er sucht sich zur Erfüllung seiner Lust und Leidenschaften eben seine Helfer. Das ist ungefähr das durchaus pessimistische Menschenbild von Montpassant. Drittens verweist diese Stelle auf die Bedeutung der Natur und auf das impressionistische Schreiben Montpassants. Aber dazu kommen wir gleich noch genauer. Ein Leben läuft hier über vor Boshaftigkeit. Die geringste davon ist noch das Leben der Tante Lison, die fast wortlos durch den Roman schleicht und die triste Einsamkeit einer unverheirateten Frau illustriert. Nicht verheiratet zu sein, ist also auch keine Lösung. Doch daneben ergießt sich auch ein Füllhorn der direkten Scheußlichkeiten. Adelige Nachbarn, die in Ignoranz und Langeweile veröden. Ein Pfarrer, der eine trächtige Hündin samt Jungen brutal erschlägt. Der aus Feigheit gegenüber dem Mann Julien die unschuldige Jeanne verflucht. Ein Sohn, der das Erbe verspielt und hochgradig manipulativ ist. Auch eine Doppelmordszene, die unter die Haut geht. Ein paar Mal fühlte ich mich stark an Brontys Sturmhöhe erinnert. Nicht nur wegen des häufig so schlechten Wetters. Die Welt nach Maupassant ist ein kaum auszuhaltender Höllenpfuhl. Respekt für Jeanne, dass sie es dennoch aushält. Maupassant schreibt bildreich. Er baut Metaphern und Vergleiche auf und drückt die seelischen Zustände seiner Figuren durch die bildreiche Beschreibung der Natur aus. Ein positives Beispiel dafür. Eines der schönsten in diesem Buch lese ich euch vor auf Seite 53, 52. Zu Beginn also, als Jeanne noch nichts Böses ahnt und als alles noch möglich erscheint, eine grenzenlose Windstille schien die Weite zu betäuben, diese Begegnung der Elemente mit Schweigen zu umgeben, während die See die monströse Braut ihren schimmernden und flüssigen Bauch unter den Himmel breitend den auf sie niedergleitenden, feurigen Geliebten erwartete. Er sank immer schneller, purpurrot geworden wie aus Verlangen nach ihrer Umarmung. Er erreichte sie und nach und nach verschlangen sie ihm. Das ist ein wunderschönes Bild für die Sexualität, dass die Sonne eben untergeht und ins Meer eintaucht, dabei rot wird natürlich und ja lustvoll im Meer aufgeht. Das ist, finde ich, an sich einfach eine literarisch wunderschöne Metapher, eine ausgebreitete Metapher, die aber natürlich auch noch auf das Wesen von Jeanne sich bezieht und eben auch die Leidenschaft als etwas Schönes, als etwas in der Zukunft Liegendes beschreibt. Wie es dann kommen wird, das wissen wir jetzt schon. Immer wieder stürmt es aber auch. Schnee und Eis peitschen über das Land oder aber die Sonne malt eben friedliche Stunden in die Normandie. Dieser sprachliche Zugang, den Literaturwissenschaftler übrigens Impressionismus nennen, passt gleichzeitig zur wetterwendigen Küste und sorgt eben für die Bebilderung der Psyche. Wir könnten heute natürlich eben immer noch die Natur in den Roman holen. Wir könnten heute die zerstörte Natur als Allegorie auf die Gier des Menschen aufbauen. Ja, also als Großmetapher sozusagen, denn die zerstörte Natur, die entvölkerte, die enttierte oder die abgeholzte Natur verweist eben auf die Gier des Menschen. Das ist hier allerdings noch nicht ganz so gemeint, sondern die Naturbeschreibungen in einer Stunde, in einem Moment verweisen eben auf die momentane psychische Verfassung der Figuren. Das ist eben dieses ganz besondere impressionistische Schreiben. In herausragenden Szenen, in bedeutenden Szenen, und davon gibt es einige herrliche, schreibt Montpassant hingegen nicht blumig, sondern knapp und präzise. Zur Umsetzung eines ganzen Lebens nutzt er natürlich Zeitraffungen und Sprünge. Das ist ein starker feministischer Roman, selbst wenn er vielleicht gar nicht feministisch sein sollte, sondern eher auf Grundlage einer akkuraten Beschreibung der Situation sozusagen diese Welt auferstehen lässt. Es werden Aspekte der patriarchalischen Gesellschaft um 1880 herausgearbeitet oder uns zumindest präsentiert, um sie dann dem Leser zur kritischen Prüfung zu überlassen. Ein Leben las sich also sehr gut, in Szenen des höchsten Andrangs sogar geradezu packend. Die Bildebene hat mich häufig überwältigt. Das Fehlen jeder wirtschaftlichen Sphäre konsternierte mich allerdings und ein Überangebot an Leiterfahrungen führte an manchen Stellen zum Eindruck von Beliebigkeit. Ja, das ist dann dieses Yanagihara-Ein-Leben-Prinzip, das nicht immer unbedingt umhaut. Auch die Tatsache, dass ich mich mit einem adeligen Spross kaum identifizieren kann und dessen Nöte als Orchideen-Probleme auffasse, kamen leicht störend hinzu. Aber insgesamt ist ein Leben von Guillaume Passant ein lesenswerter, guter Klassiker, der, wie gesagt, acht von zehn Punkten erhält. Im nächsten Video werde ich dann vermutlich über meine Leseziele 2023 sprechen. Aber natürlich ist es, denke ich, auch wichtig, das Gelesene und das für Gut Befundene eben auch etwas ausführlicher zu würdigen. Und mit diesen Worten wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Tag. Macht's gut, bis bald. Ciao, ciao.